Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Joachim Friedrich und ich schreibe Bücher für Kinder. Auf diesem Kanal möchte ich dir gerne meine Bücher vorlesen. Du kannst sie aber auch, wenn du möchtest, auf dem Bildschirm mitlesen. Heute geht es um eine Geschichte von den drei mit Papagei. Das sind drei Kinder, die in eine etwas außergewöhnliche Schule gehen. Das ist nämlich ein altes Schloss mit Wassergraben, Zugbrücke, alten Ritterrüstungen und so weiter. Und da kann man sich vorstellen, dass man da auch Abenteuer erleben kann, selbst wenn es eine Schule ist. Und einen Papagei gibt es auch. Was der allerdings damit zu tun hat, das verrate ich euch noch nicht. Lasst euch überraschen. Von den drei mit Papagei gibt es mehrere Geschichten. Dies ist die erste und sie heißt Drei mit Papagei retten das Schlossgespenst. Geschrieben habe ich sie. Die schönen Bilder, die hat Barbara Cortus gemacht. Soll es aber endlich losgehen. Viel Spaß beim Hören und Lesen. 1. Kapitel Ich glaub, mein Hering hustet Mit einem ohrenbetäubenden Getöse fiel die Ritterrüstung um. Ich versuchte, sie wieder aufzustellen, aber dabei fiel sie ganz auseinander und ich war in eine Wolke aus Staub und Rost eingehüllt. Ich glaub, mein Hering hustet, keuchte ich. Blödes Schloss, blöde Schule. Ich sah mich um. Wo war ich hier? Wahrscheinlich war das einmal der Rittersaal gewesen. Nun lagen überall zwischen den Ritterrüstungen Matten und Bälle für den Turnunterricht herum. Und an den Wänden waren zwischen den verstaubten Gemälden Kletterstangen angebracht. Hätte ich nur besser aufgepasst, als Mama mir den Weg erklärt hatte. Aber so war ich durch verwinkelte Gänge geirrt und beinahe eine der morschen Treppen hinuntergepurzelt. Und nun stand ich in diesem Rittersaal. Doch dann fiel es mir wieder ein. Deine Klasse liegt kurz vor dem Rittersaal, gleich neben der Gräfin Sophie, hatte Mama gesagt. Ich rannte zurück und entdeckte ein großes Bild neben einer der Türen. Darauf war eine Frau in einem altmodischen Kleid und mit einer noch altmodischeren Frisur abgebildet. Das musste Gräfin Sophie sein. Und daneben meine Klasse. Plötzlich hörte ich leise Schritte hinter mir. Ich fuhr erschrocken herum. Ich sah gerade noch eine Gestalt um die Ecke verschwinden. Die Schritte wurden schneller. Eine Tür fiel kitschend ins Schloss. Und es war wieder still. Ich spürte mein Herz bis in den Hals klopfen. Ich glaube, mein Walfisch winselt, sagte ich leise. Jetzt sehe ich schon Gespenster. Ich riss die Tür zu meinem Klassenraum auf und stürmte hinein. Gleich hinter der Tür stand eine Frau. Sie kreischte laut auf und machte einen Hüpfer. Da sie ziemlich dick war, sah das irgendwie komisch aus. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich musste lachen. Findest du das komisch? rief die Frau. Ja, äh, ich meine nein, stotterte ich. Sind Sie, Frau, äh, Popo? Wie bitte? rief die Frau noch ein wenig lauter. In der Klasse war schon kichern zu hören. Ich bin Frau Pol Potowski. Das wollte ich gerade sagen. Und wer bist du? Ich bin Florentine, antwortete ich. Ich glaube, das hier ist meine neue Klasse. Wenn das deine neue Klasse ist, dann bin ich deine Klassenlehrerin, sagte Frau Pol Potowski. Und du kommst zu spät zum Unterricht? Das solltest du dir abgewöhnen. Mach ich, sagte ich nur. Meine Klassenlehrerin sah mich finster an. Und dein Familienname? Nachtigall. Frau Pol Potowski riss die Augen auf und sagte nur. Oh, in der Klasse brach schalendes Gelächter aus. Das war in meiner alten Schule nicht anders gewesen. Kein Wunder bei dem Namen. Florentine Nachtigall. Rohe, rief meine Lehrerin. Florentine ist die Tochter unserer neuen Schuldirektorin. Mit einem Schlag war es still in der Klasse. Das war in meiner alten Schule anders gewesen, denn Mama war zum ersten Mal Direktorin. Und ausgerechnet in ihre Schule musste ich gehen. Such dir bitte einen freien Platz, Florentine, sagte Frau Pol Potowski. Ich sah mich um. Es waren nur noch zwei Plätze frei. Der eine neben einem kleinen dünnen Jungen, der andere, gleich dahinter, neben einem großen dicken Jungen. Der erinnerte mich an den großen dicken Bär aus der Sesamstraße. Wie hieß der denn noch gleich? Egal. Ich wollte sowieso neben dem kleinen dünnen Jungen sitzen. Da hatte ich mehr Platz. Das passt ja, rief jemand. Nachtigall und Vogelsang. Dieses Mal war das Gelächter noch ein bisschen lauter. Und sogar meine Klassenlehrerin verzog das Gesicht. Heißt du Vogelsang? fragte ich meinen Nachbarn. Der sah mich nur kurz durch seine Brille an, die fast größer war als sein Gesicht. Das haben die anderen doch schon gesagt. Aber das ist nur mein Familienname. Tatsächlich wäre ich nicht drauf gekommen. Es passt trotzdem nicht, sagte der Junge. Was? Nachtigall ist ein Vogel und Vogelsang nicht. Klugscheißer, sagte ich leise. Jetzt aber Ruhe, rief Frau Pol Potowski. Wir müssen uns alle an unsere neue Schule gewöhnen. Wir müssen uns alle an unsere neue Schlossschule gewöhnen, verbesserte sie der kleine Klugscheißer neben mir. Recht hatte er allerdings damit. Denn unsere Schule war eigentlich gar keine Schule, sondern ein altes Schloss mit Wassergraben, Zugbrücke, Ritterrüstungen, alten Bildern an den Wänden und allem, was zu einem Schloss dazugehört. Da die anderen Schulen in der Stadt aus allen Nähten platzten und die Leute hier kein Geld hatten, um eine neue Schule zu bauen, hatten sie das alte Schloss als Schule eingerichtet und Mama zur Direktorin gemacht. Wie ihr seht, haben wir drei neue Kinder in unserer Klasse, erzählte unsere Lehrerin weiter. Florentine Nachtigall und Leonard Vogelsang sind beide neue hergezogen. Und du bist derjenige, der die Klasse wiederholt, fragte sie den großen Jungen hinter mir. Jo, sagte der leise. Aha, und dein Name ist, äh, Johann Martin Klein-Hückelmann? Nö, rief der große Junge hinter mir. Ich heiße nicht Johann Martin. Ich bin Johannes Matthias, Johannes Matthias Klein-Oberhückelmann. Außerdem bin ich nur zurückgesetzt worden. Das ist nicht so schlimm, hat meine Mama gesagt. Sitzenbleiber, rief jemand. Nö, rief der große Junge hinter mir, dessen Namen ich schon wieder vergessen hatte, und sprang wütend auf. Jochen Manfred, rief Frau Potutowski, setz dich sofort wieder hin. Außerdem heißt es Ja und Nein und nicht Jo und Nö. Merke dir das bitte. Jo, sagte der große, dicke Junge und ließ sich krachend auf seinen Stuhl fallen. Johannes Matthias, murmelte er dabei. So heiß ich. Mein Nachbar meldete sich. Ja, was gibt's, Leonard? fragte Frau Pol Potutowski. Wenn man zurückgesetzt wird, ist man nicht sitzen geblieben. Da hat der dicke Junge recht. Wer ist hier dick? rief der dicke Junge und sprang wieder auf. Setzen zum Donnerwetter, brüllte unsere Klassenlehrerin. Und du, Leonard, halte dich bitte mit deinen altklugen Sprüchen zurück. Na, super. Das hatte ich ja toll getroffen. Ein Klugscheißer neben mir und ein wild gewordener Teddybär hinter mir. Kein Wunder, dass die Plätze neben den beiden frei gewesen waren. Zweites Kapitel. Ich glaub, mein Schwertfisch säbelt. Als ich den Schultag endlich hinter mir hatte, war meine Laune fast so schlecht wie damals, als Mama und Papa mir gebeichtet hatten, da sie keine Lust mehr hatten, miteinander verheiratet zu sein. Ich hatte einen sehr kurzen Schulweg. Leider. Hinter dem Schloss gab's ein paar alte Gebäude, in denen früher die Diener gelebt hatten. Nun wohnten Mama und ich dort. Na, das passte ja. Gemächlich schlenderte ich durch das breite Eingangstor, das mit geschnitzten Löwenköpfen verziert war zum Schlosshof, der nun unser Schulhof war. Ich lief an den steinernen Säulen entlang zum Torbogen, durch den man auf die Zugbrücke kommt. Die alten Holzbohlen knarrten bei jedem Schritt und ich fragte mich, ob die Brücke eines Tages zusammenbrechen und ich in den Wassergraben mit den dicken Karpfen plumpsen würde. Plötzlich stand ein Mädchen aus meiner Klasse vor mir. Sie hatte noch nichts gesagt, aber ich wusste sofort, dass wir nie Freundinnen werden würden. Na du Flo? Links und rechts hinter ihr standen noch zwei Mädchen. Die sahen aus, als wären sie ihre Beschützerinnen oder ihre Untergebenen. Ich bin Stella, sagte die Chefin und warf ihre blonden Locken mit einem Schwung über die Schultern. Und, fragte ich nur. Stella zupfte sich die Ärmel ihres rosa Kleids zurecht. Stella ist italienisch und heißt Stern. Merk dir den Namen gut? Wenn du glaubst, du bist was Besonderes, nur weil deine Mama hier die Rektorin ist, dann bekommst du Ärger. Und zwar mit mir. Stimmt's, Mädels? Drei gegen einen, das ist unfair, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Es war Leonard. Was mischst du dich denn da ein, du Knirps? fauchte Stella ihn an. Ich bin kleiner als du, aber bestimmt auch schlauer als du, gab Leonard zurück. Stella blieb der Mund offen stehen. Die beiden Mädchen hinter ihr grinsten nur blöd. Bevor ich etwas sagen konnte, warf Stella ihren Kopf und ihre blonden Locken zurück, machte auf dem Absatz kehrt und rauschte. Ihre Sklavinnen folgten ihr. Ich sah zu Leonard, aber der war schon wieder verschwunden. Er hatte tatsächlich versucht, mir zu helfen. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Er hatte Stella zwar nicht gerade Angst eingejagt, aber es war doch sehr lieb von ihm gewesen. Mama saß schon am Esstisch. So genervt, wie ihr Gesicht aussah, war ihre Laune nicht besser als meine. Wenn ich das gewusst hätte, stöhnte sie, bevor ich etwas sagen konnte. Dieses Gebäude ist in einem schrecklichen Zustand. Wie meinst du das? fragte ich sie. Nichts funktioniert, rief sie. Als ich mir heute nach dem Unterricht die Hände waschen wollte, ist nur eine grässliche, braune Brühe aus dem Wasserhahn getropft und die Tür zur ersten Klasse klemmt. Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, bis wir sie geöffnet hatten und Frau Himmelreich mit dem Unterricht beginnen konnte. Und kann das nicht der Hausmeister reparieren, unterbrach ich sie. Wenn wir einen hätten, rief Mama. Aber selbst dafür hat der Bürgermeister kein Geld, sagt er jedenfalls. Dann lass uns doch wieder in unsere alte Stadt zurückgehen. Das kommt gar nicht in Frage. So schnell gebe ich nicht auf. Morgen Nachmittag habe ich die anderen Lehrer zu einer Besprechung gebeten. Wir wollen beraten, wie wir aus dieser Bruchbude eine halbwegs normale Schule machen können. Das schafft er nie, so bekloppt wie die hier alle sind, sagte ich nur. Mama sah mich mit einem strengen Lehrerinnenblick an. Hast du eigentlich keine Hausaufgaben zu erledigen? Am Nachmittag musste ich immer an Leonard denken. Sicher, er war ein kleiner Klugscheißer, aber er hatte mir gegen diese blöde Stella beigestanden. Vielleicht hatte ich mir ja doch keinen so schlechten Platz ausgesucht. Ich ging früh ins Bett und konnte nicht schlafen. Durch mein Fenster sah ich auf das Schloss, das nun meine Schule sein würde. Der Mond schien so hell, dass ich alles genau erkennen konnte. Das Löwentor, den Schlosshof mit den Säulen, die vielen Türmchen auf dem Dach. Und dann entdeckte ich etwas. Mit einem Schlag saß ich senkrecht in meinem Bett. Ein Licht. Ich hatte deutlich ein Licht in einem der Türmchen gesehen. Huschte da nicht auch noch ein Schatten hinter dem Fenster vorbei? Plötzlich fiel mir wieder die unheimliche Gestalt ein, die ich am Morgen gesehen hatte. Mein Herz klopfte bis in meinen Hals. Da, da war das Licht wieder. Und der Schatten. Ich legte mich hin und zog mir die Bettdecke über den Kopf. Es half nichts. Ganz im Gegenteil. Nun hörte ich mein Herz noch viel lauter. Sollte ich auf den Schlosshof gehen und nachsehen? Leise stand ich auf und schlich die Treppen hinunter. Bei jedem Schritt knarrte die alte Holztreppe. Im Erdgeschoss war alles dunkel und still. Mama war wohl schon im Bett. Obwohl meine Knie zitterten, ging ich weiter. Als ich unsere Eingangstür öffnete, blies mir ein kalter Wind ins Gesicht. Sollte ich meinen Bademantel holen? Nein. Nun war ich schon einmal bis hierhin gekommen, den Rest will ich auch noch schaffen. Die Zugbrücke ächzte bei jedem Schritt. Ich hielt die Luft an und lief weiter, bis ich schließlich auf dem Schlosshof stand. Der Mond hing über mir wie ein riesiger, leuchtender Gespensterschädel. Ich erkannte sogar ein Gesicht darauf, das mich ungläubig anstarrte. »Ich glaube, mein Schwertfisch säbelt«, murmelte ich. »Huhu!« ertönte es plötzlich. »Ah!« schrie ich. Ich wollte weglaufen, stolperte aber und fiel der Länge nach hin. In dem Augenblick flog etwas Schwarzes dicht über meinen Kopf hinweg. »Eine Eule! Das war bestimmt nur eine Eule«, flüsterte ich, und versuchte, nicht an den Vampirfilm zu denken, den ich mir vor kurzem heimlich angesehen hatte. So schnell ich konnte, rappelte ich mich hoch und rannte los, über die Zugbrücke, in unsere Wohnung, die Treppe hinauf, in mein Zimmer. Ich sprang in mein Bett und zog mir die Bettdecke über den Kopf. Da hörte ich ein Geräusch. »Meine Tür!« Jemand war an meiner Tür. Vorsichtig lugte ich über den Rand der Bettdecke. Die Tür öffnete sich, und da sah ich das weiße Gespenstergewand. »Drittes Kapitel.« »Ich glaub, meine Scholle schlittert.« »Ah!« schrie ich wieder. »Tu mir nichts, Gespenst!« Das Gespenst schaltete das Licht an. »Wer ist hier ein Gespenst?« »Mama, was machst du denn hier? Warum trägst du so ein blödes weißes Nachthemd?« Mama blinzelte mich aus verschlafenen Augen an. »Soll ich vielleicht in Jeans und Pullover schlafen?« »Warum bist du gekommen?« fragte ich sie. »Ich bin aufgewacht und dachte, ich hätte etwas gehört.« »Gehört?« fragte ich und hoffte, meine Stimme würde nicht zittern. »Da musst du dich verhört haben.« Mama setzte ihren Lehrerinnenblick auf. Das kann sie sogar halb schlafend, mitten in der Nacht und im Gespensternachthemd. »Du solltest schlafen und nicht durch das Haus geistern, Flo.« »Wenn sie wüsste, wie recht sie hat,« dachte ich, »aber das sagte ich ihr lieber nicht.« Am nächsten Morgen saß Leonard schon auf seinem Platz, als ich in die Klasse kam. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich bei ihm zu bedanken. Aber ich kam nicht dazu. Plötzlich stand ein Junge vor mir. Der war zwar nicht so groß wie mein Hintermann, aber für Leonard und mich reichte es. »Hey, Knirpse, Stella hat mir gesagt, ihr habt sie blöd angequatscht.« »Fragt sich nur, wer wen blöd angequatscht hat,« gab ich zurück. »Lass sie bloß in Ruhe, sonst«, in dem Augenblick, schoss ein riesiger Arm zwischen Leonard und mir hindurch und eine riesige Hand packte den Pullover des Jungen. »Lass sie in Ruhe«, sagte mein Hintermann. Der Junge grinste genauso blöd wie die Sklavinnen von Stella. »Kein Problem, ich wollte doch nur...« »Setz dich einfach wieder hin, Katsch.« Der Junge drehte sich um und rannte zu seinem Platz. »Katsch?«, fragte ich meinen Retter. »Jo, er heißt Katscherowski, aber alle nennen ihn nur Katsch. Er hat eine Bande und ich sollte mitmachen, aber ich will nicht.« »Danke,« sagten Leonard und ich fast gleichzeitig. »Jo, kein Problem.« »Unser Retter sah tatsächlich so ähnlich aus wie der große Bär aus der Sesamstraße. Nur der Name wollte mir immer noch nicht einfallen.« Als hätte sie auf ihren Auftritt gewartet, hüpfte Stella in die Klasse. »Gleich kommt er, gleich kommt er«, kreischte sie und warf ihre blonden Locken von einer Schulter auf die andere. In Zeitlupe hätte es wie einer dieser bescheuerten Shampoo-Werbespots im Fernsehen ausgesehen. »Wer kommt?«, sagte ich mehr zu mir selbst. »Bestimmt, meint sie Herrn Matz,« sagte der große Junge hinter mir. »Den finden alle Mädchen toll.« Ich konnte mir nicht vorstellen, einen Lehrer jemals total toll zu finden. Bis Herr Matz in die Klasse kam. »Na, habt ihr eure Sommerferien gut verbracht?«, fragte er. »Es hat ja viel geregnet, aber ich habe es trotzdem genossen, euch sechs Wochen lang nicht zu sehen.« Dabei lachte er. Und wie er lachte. Ich musste aufpassen, dass ich nicht seufzte. »Er war total nett.« »Nein, das war das falsche Wort.« »Er war super nett.« »Hast du Schnupfen?«, fragte Leonard. »Hä?«, ich sah ihn an. »Weil dein Mund offen steht. Wenn man Schnupfen hat, atmet man immer durch den Mund. Das ist aber nicht gut, weil man dann nämlich...« Ich ließ meinen Kopf auf die Schulbank sinken. »Boah, Leonard, ich glaube, meine Scholle schlittert. Du kannst ein echt...« »Du bist sicher Florentine Nachtigall«, hörte ich eine Stimme. Ich sah hoch. »Herr Matz«, lächelte mich an. »Wa, wa, Mama«, brabbelte ich. »Sie hat Schnupfen«, hörte ich Leonard neben mir sagen. »Da redet man manchmal ein bisschen komisch.« »Dann bist du sicher Leonard Vogelsang«, sagte Herr Matz mit einem Schmunzeln. »Ich habe schon gehört, dass du gern kluge Sachen sagst.« »Übersetzt heißt das, du bist ein Klugscheißer«, flüsterte ich Leonard zu. Herr Matz holte einen Zettel hervor. »Wir haben also drei neue in der Klasse.« »Das hat mir Popo, äh, ich meine Frau Pol Potowski schon erzählt«, sagte er, und hielt sich die Hand vor den Mund. In der Klasse war leises Kichern zu hören. »Popo«, sagte ich mehr zu mir selbst. »Jo«, hörte ich den großen Jungen hinter mir. »Popo«, so nennen wir sie alle, aber nur, wenn sie nicht da ist. »Popo«, das passte. Schließlich war ihr Popo nicht zu übersehen. Florentine Nachtigall, Leonard Vogelsang und, äh, Johannes Matthias Kleinober-Hückelmann, ein schwieriger Name. Jo, aber das geht mir mit allen Namen so. Ich kann sie mir einfach nicht merken. Darum denke ich mir für meine Schüler immer eigene Namen aus. »Mich nennen sie ja immer Sternchen«, kreischte Stella und wedelte ihrer Sitznachbarin ihre Locken um die Ohren. »Sternchen«, zu ihr hätte besser Monsterchen gepasst. Herr Matz sah zu mir. »Wärst du böse, wenn ich dich Flo nenne?« »Ich wollte ihm sagen, dass mich sowieso alle schon so nennen, sogar Mama. Aber es ging nicht. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Und mir wurde heiß. Bestimmt war ich knallrot angelaufen. Wie peinlich!« »Und nun zu dir, Leonard«, sagte Herr Matz dann zu meinem Sitznachbarn. »Leonard heißt Löwenherz.« »Ich weiß«, sagte Leonard. »Das dachte ich mir«, lachte Herr Matz. »Ich finde, der Löwe reicht. Also werde ich dich Leo nennen. Das ist einfach.« »Allerdings weiß ich noch nicht, was ich mit Johannes Manuel mache oder Johannes Paul?« »Nö«, stöhnte der große, dicke Junge hinter mir auf. »Johannes Matthias.« »Tut mir leid. Dein Name ist wirklich sehr schwer.« »Wie nenne ich dich nur.« Plötzlich fiel es mir wieder ein. »Samson«, rief ich, ohne zu überlegen. »Wie der Bär aus der Sesamstraße«, kicherte Monsterchen. Herr Matz hob die Hände. »Nein, nein.« »Samson ist eine Gestalt aus der Bibel. Es heißt, er soll unglaublich stark gewesen sein.« »Ich denke, das passt zu dir.« »Und ich kann es mir gut merken. Darf ich dich von nun an Samson nennen?« »Jo«, sagte der große, dicke Junge nur. Ich sah mich zu ihm um. Sein Gesicht war mindestens doppelt so rot wie meins. »Schön«, freute sich Herr Matz. Flo, Leo und Samson. Seid herzlich willkommen, ihr drei. Mein Hintermann beugte sich zu mir vor. »Samson finde ich cool. Danke.« Leider machte Herr Matz doch noch Mathe mit uns. Kopfrechnen. Ausgerechnet. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du nicht nur stark bist, sondern auch schlau«, sagte er zu Samson. »Was ergibt zwölf mal zwölf?« »Ich glaube, so ungefähr. Weiß nicht«, stotterte Samson. Irgendjemand kicherte. »Ruhe«, rief der Matz. »Wer lacht, ist als nächster dran.« »Und der hat dann nichts mehr zu lachen.« Sofort war es mucksmäuschenstill. »Also gut«, sagte er zu Samson. »Elf mal zwölf?« »Jo, also, das ergibt ungefähr, während der arme Samson gequält wurde, fiel mir auf, dass Leo unter dem Tisch Zeichen mit seinen Fingern machte.« »Was soll denn das?«, fragte ich ihn leise. »Geheimsprache, selbst erfunden, erkläre ich euch in der Pause.« »Mist«, rief Samson, als wir auf dem Schulhof standen. »Ich kapiere immer nichts. Und bei Mathe kapiere ich sowieso immer nichts.« »Ich wollte dir helfen, aber das ging nicht, weil du das auch nicht kapiert hast,« sagte Leo. »Wie? Kapiere ich nicht.« »Hast du deshalb die komischen Zeichen unter dem Tisch gemacht?«, fragte ich Leo. »Das sind keine komischen Zeichen. Das sind Zahlen. Ein Finger ist eins, zwei Finger sind zwei, drei. Drei Finger sind drei,« sagte Samson. »Das kapiere ich.« »Gut. Wenn der Lehrer dir eine Kopfrechenaufgabe aufgibt, musst du nur auf meine Finger gucken. Zwölf mal zwölf ist...« Leo sprach nicht weiter, sondern zeigte erst einen Finger, dann zweimal vier Finger. »Die musst du nur zusammenzählen,« sagte er dann. »Also, was kommt heraus?« »Neun«, sagte Samson sofort. »Cool.« »Zwölf mal zwölf ist neun.«, »Äh, stimmt das wirklich?« »Nicht addieren,« stöhnte Leo auf. »Nur hintereinander lesen.« »Da kapierte ich es. Eine Eins und zwei Vieren.« »Hundertvierundvierzig.« »Richtig,« strahlte Leo mich an. »Cool,« rief Samson. »Kannst du das noch mal zeigen?« Leo musste es zwar noch ein paar Mal mit Samson üben, aber dann hat auch er es verstanden. »Du hast mir total geholfen. Jetzt habe ich endlich einen Namen, den die Lehrer sich merken können,« sagte Samson zu mir, als wir nach der Pause in die Klasse zurückgingen. »Und du hast mir auch geholfen,« wandte er sich dann an Leo. »Mit Mathe.« »Und mir hast du auch geholfen, Leo,« fügte ich hinzu. »Als Teller mich so blöd angemacht hat, dafür habe ich mich noch gar nicht bedankt.« »Habe ich doch gerne gemacht,« sagte Leo und lief knallrot an. »Wie süß.« »Und Samson hat uns auch geholfen,« sagte ich, gegen diesen blöden Katsch. »Wisst ihr, wer sich immer hilft,« fragte Leo uns. »Freunde helfen sich immer und das ganze Leben.« »Freunde, das ganze Leben,« rief Samson. »Cool.« »Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Und plötzlich wusste ich, dass es mir von jetzt an in meiner neuen Schule gefallen würde.« Viertes Kapitel. »Ich glaub, mein Seepferdchen wird.« Leo und Samson kamen am Nachmittag zu mir, und wir machten gemeinsam unsere Hausaufgaben. Mama war schon wieder in ihrer Schule bei ihrer Lehrerbesprechung. Ehe wir uns versahen, waren wir mit unseren Aufgaben fertig. »Ich glaub, mein Seepferdchen wiert,« rief ich. »Du kannst echt gut erklären, Leo.« »Sagt meine Mama auch immer,« meinte Leo. »Das mit dem Erklären, aber nicht das mit dem Seepferdchen. Die können gar nicht wieren.« »Fängst du schon wieder an,« stöhnte ich. »Das ist doch nur ein Piratenspruch.« »Kopier ich nicht,« sagte Samson. »Als ich noch klein war, hat der Kinderarzt gesagt, ich müsste eine Augenklappe tragen.« »Kinderarzt ist überhaupt nicht cool,« rief Samson. »Finde ich auch. Zuerst war ich auch traurig wegen der Augenklappe. Doch dann hat Mama mir ein Bilderbuch gekauft. Das handelte von einer Frau, die Kapitän auf einem Piratenschiff war, und die hatte genau so eine Augenklappe. Seitdem finde ich Piraten gut.« »Jo,« rief Samson, »Piraten finde ich auch cool.« »Ich ja auch,« sagte Leo. »Trotzdem weiß ich nicht, ob Piraten wirklich sowas sagen.« »Mann, Leo!« Ich seufzte. Samson hatte sich an mein Fenster gestellt. »Du wohnst aber nah an der Schule,« sagte er. »Cool.« »Ich finde leere Schulen irgendwie unheimlich,« meinte Leo. »Nachts ist es hier noch viel unheimlicher,« flüsterte ich, und dachte an das Licht und den Schatten, die ich gesehen hatte.« »Nachts?« fragte Samson. »Gehst du auch nachts in die Schule?« »Ich habe gestern Nacht ein Licht gesehen und einen Schatten. Das war total unheimlich.« Samson schaute mich mit großen Augen an. »War es das Schlossgespenst?« »Vielleicht.« »Cool,« rief Samson, »aber auch ein bisschen gruselig.« »Sollen wir mal gucken?« fragte Leo. »Vielleicht finden wir es ja.« »Super Idee,« rief Samson. »Von mir aus,« sagte ich, »obwohl mir nicht ganz wohl dabei war, wenn ich an letzte Nacht dachte.« Aber es war noch hell, und wir waren ja zu dritt. »Was sollte da schon passieren?« Die beiden folgten mir durch das Löwentor und liefen mit großen Augen neben mir her durch das Schloss, als wären sie zum ersten Mal hier. »Ist ja alles so still,« flüsterte Leo, »ganz anders als morgens.« »Machen Gespenster eigentlich Geräusche?« fragte Samson. »Gespenster gibt es gar nicht,« sagte Leo. »Woher willst du das wissen?« fragte ich ihn. »Steht in einem Buch. Gespenster sind erfunden.« »Nö,« rief Samson. »Was in Büchern steht, darf man nicht immer glauben,« sagt meine Mama. »Genau,« rief ich. Aber dann stolperte ich und fiel der Länge nach hin, wie in der Nacht zuvor. »Hast du dir wehgetan?« riefen Samson und Leo und zogen mich hoch. »Nee, kein Problem. Ich bin nur...« »Was ist das denn?« »Ich zeigte auf eine Tür. Sie war in einer dunklen Ecke versteckt und auch viel kleiner als die anderen Türen, an denen wir vorbeigekommen waren.« »Vielleicht ist hinterher ein Geheimgang.« »Die gibt es oft in Schlössern,« rief Leo.« Vorsichtig drückte ich die Klinke herunter. »Sie ist offen,« flüsterte ich. »Sollen wir hineingehen,« flüsterte Leo. »Und wenn da ein Gespenst ist,« flüsterte Samson. »Nur mal gucken,« flüsterte ich. »Die Tür quietschte laut.« »Samsson, Leo und ich reckten die Hälse.« »Total dunkel,« flüsterte Leo. »Und es riecht irgendwie komisch,« flüsterte Samson. »Sollen wir wieder gehen?« Leo schüttelte den Kopf. »Wir sind doch zu dritt.« Vorsichtig schlichen wir in den dunklen Raum. Plötzlich huschte etwas über den Boden. Ohne zu wollen griff ich nach Samsons Hand. »Was war das?« fragte ich, obwohl ich es eigentlich gar nicht so genau wissen wollte. »Vielleicht das Schlossgespenst,« fragte Samson zurück. »Kein Gespenst und nix,« sagte Leo, nur ein Tier. Gerade wollte ich zurückgehen, da dröhnte plötzlich eine Stimme. »Ein Albtraum!« »Das Gespenst,« rief Samson. »Sie hätten diese braune Brühe sehen sollen,« dröhnte die Stimme. »Das ist meine Mama,« rief ich. »Deine Mama ist ein Gespenst,« fragte Samson. »Quatsch, aber das war trotzdem Mamas Stimme.« »Deine Mama ist doch überhaupt nicht hier,« sagte Leo. »Der Raum ist ganz leer.« »Wenn Flos Mama kein Gespenst ist,« »gucken wir halt nach, woher die Stimme kommt,« sagte Samson. Wir wagten uns noch weiter in den dunklen Raum vor. »Aber es wurde uns doch zugesagt, dass das Schloss hergerichtet wird, bevor wir mit den Kindern kommen,« ertönte eine andere Stimme. »Po,« flüsterte Samson, »aber die ist auch nicht hier.« »Die Stimme kommt von da hinten.« »Das habe ich genau gehört,« sagte Leo und zeigte auf einen offenen Kamin am anderen Ende des dunklen Raums. Vorsichtig schlichen wir darauf zu. Ich versuchte, nicht an das zu denken, was vorhin über den Boden geruscht war. Als wir vor dem Kamin standen, konnten wir die Stimmen tatsächlich ganz deutlich hören. »Ein wenig wurde es hierher gerichtet,« sagte Mama. »Es reicht nur nicht. An jeder Ecke findet sich etwas, das nicht funktioniert.« »Wenn wir doch nur einen Hausmeister hätten, der uns bei den Reparaturen hilft,« sagte eine Stimme, die ich nicht kannte. »Das war wahrscheinlich Frau Himmelreich, die einzige Lehrerin an meiner neuen Schule, die ich noch nicht kennengelernt hatte.« »Die Stimmen müssen aus dem Lehrerzimmer kommen,« flüsterte ich. »Mama hat heute eine Besprechung mit den Lehrern.« »Dann ist das Lehrerzimmer auf der anderen Seite von dem Kamin,« flüsterte Leo. »Der Bürgermeister will bestimmt kein Geld ausgeben,« sagte Herr Matz, »sonst hätte er ja auch gleich eine neue Schule bauen lassen können.« »Da gebe ich Ihnen sehr recht, lieber Herr Matz,« hörte ich Popos Stimme. »Nehmen Sie doch noch ein paar von meinen Keksen.« Dabei klang ihre Stimme irgendwie höher als am Morgen während des Unterrichts. »Nein, nehmen Sie doch von meinen,« rief Frau Himmelreich, »selbst gebacken.« »Möchten Sie noch einen Kaffee, lieber Herr Matz?«, fragte Mama. »Cool,« flüsterte Samson, »die Lehrerinnen finden Herrn Matz auch total toll.« »Wisst Ihr was?«, fragte Leo und sah uns durch seine große Brille an. »Das ist ein geheimes Lehrer-Belausch-Versteck.« »Cool,« rief Samson. »Und was ist das?« »Hier können wir die Lehrer belauschen, wenn Sie sich im Lehrerzimmer unterhalten,« sagte ich. »Das ist gut, weil Lehrer sich da manchmal Sachen erzählen, die wir nicht hören sollen,« sagte Leo. »Geheimnisse,« flüsterte Samson. »Noch besser wäre es, wenn man sie auch beobachten könnte,« sagte ich. Leo nickte. »Wir müssten ein kleines Loch durch die Wand bohren.« »Kein Problem,« rief Samson und kramte in seinen Hosentaschen. Dann hielt er etwas in die Höhe. »Was ist das?«, fragte ich ihn. »Super Werkzeug-Taschenmesser. Hat mir meine Mama geschenkt. Kann man immer gut gebrauchen.« Ich besah mir Samsons Taschenmesser genauer. Es war unglaublich groß. Er hielt es dicht vor seine Augen und drehte es hin und her. »Ich weiß doch genau, dass da auch ein Bohrer dran war,« murmelte er dabei. »Da ist er,« rief er schließlich und klappte ein Werkzeug aus, das tatsächlich wie ein Bohrer aussah. Er kniete sich vor die Wand, hielt den Bohrer dagegen und drehte das Taschenmesser. »Und?«, fragte Leo, »funktioniert es?« »Jo,« sagte Samson und drehte das Taschenmesser immer im Kreis herum. Plötzlich zuckte er zusammen. »Ich bin durch,« flüsterte er. »Cool.« Ich bückte mich und sah ein winziges Loch. Als ich hindurchschaute, konnte ich einen großen Tisch erkennen, an dem Mama, mit Popo, Herrn Matz und noch einer Frau saß, die vor Himmelreich sein mußte. Dahinter standen Regale mit Heften und Büchern. Das war das Lehrerzimmer. Plötzlich drehte sich Popo um und sah mir direkt ins Gesicht. »Fünftes Kapitel. Ich glaub, mein Tintenfisch torkelt.« Da war so ein kratzendes Geräusch, sagte Popo. »Ich glaube, das kam von dort.« Dabei zeigte sie auf mich. »Sie hat uns gehört.« Ich sprang auf und wollte wegrennen. Aber Leo nahm meine Hand und hielt mich fest. »Wir müssen ganz still sein,« flüsterte er. »Wir hielten die Luft an.« »Schritte,« flüsterte Samson. »Das ist bestimmt, Popo.« Die Schritte kamen näher. Mein Herz klopfte fast so schlimm wie in der Nacht auf dem Schlosshof. »Das Geräusch kam von dort,« sagte Popo. »Gleich hat sie uns,« flüsterte Samson. »Ich glaube, da war nichts,« sagte Herr Matz. »Sie müssen sich verhört haben.« »Meinen Sie lieber Herr Matz?«, fragte Popo. »Ich bin mir ziemlich sicher.« »Ja, wahrscheinlich haben Sie recht.« »Sie geht wieder zurück,« flüsterte Leo. Ich atmete aus. »So leise wir konnten, schlichen wir aus der Kammer hinaus.« »Uff«, schnaufte ich. »Das war knapp.« Ich ließ Leos und Samsons Hand wieder los. »Um ein Haar hätte sie uns entdeckt.« »Hat sie aber nicht,« sagte Leo. »Und darum ist das jetzt unser Geheimnis.« »Jo, und das wird nicht verraten.« »Nee, und das ganze Leben nicht,« rief Leo. »Was ist das hier?« donnerte plötzlich eine Stimme. »Das Gespenst,« riefen Leo und Samson und hielten sich aneinander fest. »Das ist nun schon das zweite Mal, dass mich jemand für ein Gespenst hält.« Mama sah Leo und Samson mit ihrem Superlehrerinnenblick an. »Ich glaube, ich brauche Urlaub.« »Tut mir leid, Mama,« sagte ich sofort. »Wir haben dich nicht gehört. Bist du noch in deiner Besprechung?« »Allerdings. Und was macht ihr hier?« »Wir haben nur einen Gespenst.« Ich verpasste Samson einen Stubser. »Äh, ich meine, wir haben das geheim.« Ich verpasste Samson einen Tritt. »Wir haben nur gespielt,« sagte Leo. »Ach so,« sagte Mama. »Die Schule ist aber kein Spielplatz. Ihr könnt draußen spielen. Aber jetzt sollten deine Freunde nach Hause gehen.« »Und du auch. Es ist schon fast dunkel.« »Das klappt immer,« sagte Leo, als Mama wieder im Lehrerzimmer verschwunden war. »Wenn man den Erwachsenen sagt, dass man spielt, darf man alles machen.« »Keine schlechte Idee,« sagte ich. »Müssen wir wirklich schon gehen?«, fragte Samson. »Jetzt, wo es draußen endlich dunkel wird, da könnte ich meine Taschenlampe nämlich ausprobieren.« Er kramte in seiner Jacke und zog eine riesige Taschenlampe heraus. »Auch von deiner Mama?«, fragte Leo. »Jo, und ganz neue Batterien drin.« »Ich glaub, mein Tintenfisch torkelt. Was du alles mit dir herumschleppst,« sagte ich. »Große Taschen,« strahlte Samson. »Gerade wollte ich ihm sagen, dass ich Ärger mit Mama bekommen würde, wenn wir zu lange in der Schule blieben. Da hörten wir plötzlich ein Quietschen.« »Was,« rief Leo. »Das Gespenst,« rief Samson, »das Schlossgespenst.« »Gespenst, da gibt's doch gar...« »Und was hat dann gequietscht?«, rief ich. Leo zuckte mit den Schultern. »Lehrer?« Ich schüttelte den Kopf. »Lehrer quietschen noch nicht.« »Wir können ja nachsehen. Dann wissen wir es.« »Im Dunkeln,« rief Samson. »Du hast doch deine Taschenlampe,« erwiderte Leo. »Jo, stimmt. Hatte ich ganz vergessen,« sagte Samson, obwohl er die Taschenlampe immer noch in der Hand hielt. Ich nahm sie ihm aus der Hand. »Ich gehe vor.« Aber dann blieb ich stehen. »Was ist los?«, fragte Leo. »Willst du doch nicht vorgehen?« »Äh, ja, eigentlich schon, aber könnt ihr vielleicht dicht hinter mir bleiben?« »Jo.« In den Gängen war es vollkommen dunkel. Ich traute mich kaum, nach rechts oder links zu schauen. Unsere Schatten sahen aus wie Monster, die uns fressen wollten. So leise wie auch schlichen, für mich hörte es sich an, als würden wir auf Boden herumtrampeln.« »Hatte ich da gerade ein Kichern gehört?« Ich bog meine Ecke und erschrak so sehr, dass ich laut schreien musste. »Flo,« rief Samson, »warum schreist du denn so?« »Sie hat sich vor den Bildern erschreckt,« sagte Leo leise. »Die sind von der ersten Klasse und sehen ein bisschen komisch aus, weil die noch nicht richtig malen können.« »Ja, ja,« sagte ich schnell. Ich gehe weiter und wehe einer lacht. Zuerst warf ich einen Blick in die Klassenzimmer. Aber da war niemand. »Sollen wir nicht lieber da suchen, wo wir noch nicht waren?«, fragte Leo vorsichtig. »Willst du vorgehen?«, gab ich zurück. Nun nahm er mir die Taschenlampe aus der Hand. »Und wohin willst du gehen?« »Dahin, wo wir noch nicht waren. Da, wo wir schon einmal waren, haben wir ja niemanden gefunden.« Samson sah mich an und zuckte mit den Schultern. Dann mussten wir uns beeilen, denn Leo war mit der Taschenlampe in der Hand schon um die Ecke gebogen. Wir liefen kreuz und quer, wir liefen hin und wieder zurück, wir liefen im Kreis herum, wir liefen eine Treppe hinauf, eine andere wieder hinunter und wieder eine andere hinauf. »Wo willst du denn hin?«, rief ich Leo zu. Der blieb stehen und sah sich zu uns um. »Dahin, wo wir noch nicht waren,« sagte er noch einmal. »Dann sind wir angekommen,« sagte ich. »Hier waren wir noch nicht.« Leo leuchtete mit Samsons Taschenlampe in den dunklen Gang vor uns. »Da geht es nicht mehr weiter,« flüsterte ich und wischte mir ein paar eklige Spinnweben aus dem Gesicht. Leo zeigte den Gang entlang. »Hier ist noch eine Tür. Ob die abgeschlossen ist?« »Wir können es ja ausprobieren,« sagte ich. Leo drückte vorsichtig die Klinke der alten Tür herunter. Die gab ein gruseliges Quietschen von sich, als sie sich langsam öffnete. »Das ist es,« flüsterte ich, »das ist das Quietschen.« »Sollen wir nicht lieber weglaufen?«, fragte Samson. Doch Leo schüttelte nur den Kopf und drückte die Tür weiter auf. Dahinter war es fast dunkel. Nur der Mond schien durch ein Dachfenster. Und dann sahen wir ihn. Sein Kopf lag auf dem Tisch vor ihm. Die Tür quietschte noch einmal. Dann nahm er den Kopf hoch. Sein Gesicht war gespensterweiß. Sechstes Kapitel. »Ich glaub, mein Seebär blinzelt.« »Aaah!«, riefen Samson, Leo und ich. »Hilfe, beraten!«, kreischte jemand. »Gnade,« rief der Mann mit dem Gespenstergesicht. »Verschont mich. Ich gestehe alles.« »Ich sag doch, die gibt es gar nicht in Wirklichkeit,« flüsterte Leo. »Wen,« flüsterte ich zurück. »Gespenster.« »Ich glaube auch, der ist echt. Und er scheint noch mehr Angst zu haben als wir.« Der Mann stand auf. Er war ziemlich groß und ziemlich dünn. Seine Haare waren fast so weiß wie sein Gesicht. Er rieb sich die Augen und blinzelte zu uns herüber. Dann nahm er seine Brille von dem Tisch und setzte sie auf. »Ihr seid ja Dings,« sagte er leise. »Kinder!« »Piraten,« rief ich. »Jedenfalls ich. Und das ist Samson. Der ist total stark. Und das ist Leo. Der ist total schlau.« »Kinder,« sagte der Mann noch einmal. »Wo bin ich?« »Ich meine, wie habt ihr mich gefunden?« »Und wieso seid ihr überhaupt hier?« »Es ist doch schon dunkel.« »Alte Leute haben oft Rheuma. Meine Oma auch,« flüsterte Leo mir zu. »Darum können sie nicht so schnell laufen.« »Abhauen können wir immer noch. Ich will erst wissen, was das für einer ist.« »Wer sind Sie?«, fragte Samson. »Ich?« »Ich bin, äh, Dings,« rief der Mann. »Nullinger.« »Joseph Nullinger.« »Ich glaube,« »der ist ein bisschen durcheinander,« flüsterte Samson. »Und wer seid ihr?«, fragte Herr Nullinger. »Ich bin Flo,« sagte ich. »Und das sind Samson und Leo.« »Hilfe!« »Piraten!«, krächzte wieder jemand. »Ist da noch jemand?«, fragte Leo. »Wie? Nein.« »Ach ja, doch,« rief der Mann. »Störte Becker.« »Der wohnt ja auch noch hier.« »Störte Becker?«, fragten Leo, Samson und ich gleichzeitig. »Der ist ein Dings,« sagte Herr Nullinger und verschwand um eine Ecke. Als er wiederkam, hatte er etwas auf der Schulter sitzen. »Ein Papagei!«, rief ich. Er war nicht sehr groß, aber wunderschön, mit blauen, gelben und roten Federn und lustigen kleinen Knopfaugen. Genau so einen Papagei hatte ich mir immer gewünscht. »Cool! Ein echter Papagei!«, rief Samson. »Und ob der echt ist?«, lachte der Mann. »Er kann sogar sprechen.« »Aber das habt ihr ja schon gehört.« »Ist das ihr Papagei?«, fragte Leo. »Ja.« »Oder eigentlich doch nicht.« »Er ist mir zugeflogen.« »Wem er vorher gehört hat, weiß ich nicht.« »Der hat ihm Sprechen beigebracht.« »Allerdings«, »nicht sehr vornehme Worte.« »Und was machen Sie hier?«, fragte ich Herr Nullinger. Er drückte auf einen Knopf auf dem Tisch vor sich. Im selben Augenblick wurde es hell in dem Zimmer. Und was wir dann zu sehen bekamen, haute uns um. »Cool!«, rief Samson. »Was ist das alles?« »Meine Dings, meine Geheimwerkstatt. Da staunt ihr was?« Und ob. Das Zimmer war bis zur Decke mit Geräten vollgestellt. Da gab es Computer, Fernsehbildschirme, jede Menge Werkzeug, Tafeln mit vielen Knöpfen, Hebeln und kleinen blinkenden Lichtern. »Und Regale, die mit allem möglichen Kram vollgestopft waren.« »Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wozu das alles gut sein sollte.« »Ich glaub, mein Seebeer blinzelt.« »Wofür brauchen Sie das?«, fragte ich ihn. »Ich bin ein Dings.« »Ein Geheimdetektiv.« »Und ein Erfinder, um genau zu sein.« »Hä?« »Hä?«, fragte ich. »So eine Art Polizist, versteht Ihr?« »Meine Mama ist auch Polizistin,« sagte Leo. »Oh«, sagte Herr Nullinger. »Echt?«, rief ich. »Das hast Du ja gar nicht erzählt.« »Du hast ja nicht gefragt.« Herr Nullinger räusperte sich. »Na ja, äh, ich bin so was Ähnliches wie ein, äh, Dings, ein Polizist. Meine Fälle sind nämlich geheim. Die sind so geheim, dass noch nicht einmal die Polizei davon erfahren darf.« »Auch meine Mama nicht?«, fragte Leo. »Nein, die auch nicht.« »Und warum sind Sie dann hier?«, fragte Leo ihn. »Meine Mama arbeitet in der Polizeiwache.« Darum müssten Sie doch in so einer Geheimdetektivwache sein.« Herr Nullinger sah sich um, als wäre da noch jemand, der uns belauschen könnte. »Dings«, sagte er dann leise. »Tarnung! Ich darf nicht entdeckt werden.« »Weil Sie geheim sind«, rief Samson. »Und ob. Außerdem bin ich in Gefahr. Die Gauner, die ich schon zur Strecke gebracht habe, sind nicht zimperlich. Das könnt Ihr mir glauben.« »Haben Sie Angst, die könnten sich rächen?«, fragte ich. »Allerdings. Deshalb habe ich mich ja auch so erschreckt, als Ihr gekommen seid. Ich war einen kurzen Augenblick eingeschlafen und hatte meine Brille nicht aufgesetzt. Darum dachte ich schon, Ihr seid, äh, Dings, Gauner.« »War das der Grund, warum Sie gerufen haben? Verschont mich. Ich gestehe alles?«, fragte Leo. »Wie?« »Ja. Äh, nein. Äh, das war natürlich ein Trick. In Wirklichkeit hätte ich nicht gestanden.« »Und wozu brauchen Sie den ganzen Kram hier?«, fragte ich ihn. »Kram?«, rief Herr Nullinger. »Das ist meine Ausrüstung, mein Werkzeug. Damit baue ich meine Dings, meine Detektiverfindungen.« »Cool«, rief Samson. »Was erfinden Sie denn?« Wieder sah sich Herr Nullinger um. »Nützliche Dinge«, sagte er dann leise. »Zumindest für einen Geheimdetektiv. Dinge zum Beobachten, zum Ausspionieren, zum Abhören und vieles andere.« »Und das sollen wir Ihnen glauben?«, fragte ich. »Etwa nicht?«, fragte er zurück. »Ich soll dir ja auch glauben, dass du eine Piratin bist.« »Stimmt«, sagte ich nur. »Ihr geht jetzt besser«, sagte Herr Nullinger dann. »In eurem Alter sollte man um diese Zeit längst schlafen.« »Ich hoffe, ihr verratet mich nicht. Mein Versteck muss nämlich geheim bleiben.« »Dann schwören wir jetzt den Piratenschwur«, rief ich. »Und wie geht der?«, fragte Samson. »Ich holte tief Luft.« »Beim großen Hai, beim kleinen Fisch und auch beim platten Rochen, was wir Piraten einmal schwören, das wird niemals gebrochen«, rief ich so laut, ich konnte. »Jetzt müsst ihr schwören«, sagte ich dann. »Ich schwöre«, riefen Leo und Samson. »Danke«, sagte Herr Nullinger. »Also haben wir nun ein gemeinsames Geheimnis.« »Hilfe, Geier«, krächzte Störtebäcker. »Dürfen wir denn wiederkommen?«, fragte ich. »Und darf ich dann Störtebäcker mal auf der Schulter tragen?« »Sicher. Aber passt auf, dass euch niemand verfolgt.« »Cool«, rief Samson. »Ich war schon an der Tür. Da hörte ich ein Knurren. Ich drehte mich erschrocken um.« »Keine Angst«, sagte Herr Nullinger. »Das war nur mein Dings, mein Magen.« »Haben Sie Hunger?«, fragte ich ihn. Herr Nullinger seufzte. »Ein wenig schon.« Als ich noch allein im Schloss war, konnte ich mich ab und zu wegschleichen, um mir etwas zu besorgen. Aber seit das Schloss eine Schule ist, komme ich kaum noch hinaus.« »Wir bringen Ihnen was«, rief Samson. »Gleich morgen.« Herr Nullinger lächelte ihn an. »Das wäre wirklich sehr nett von euch.« Auf dem Rückweg hatten wir keine Angst mehr. Wir liefen eine Treppe hinunter, eine andere wieder hinauf und wieder eine andere hinunter. Wir liefen im Kreis herum. Wir liefen zurück und wieder hin. Und wir liefen quer und kreuz. »Ob Herr Nullinger wirklich so ein Geheimdetektiv ist?«, fragte Samson. »Vielleicht ja«, sagte Leo. »Vielleicht aber auch nicht.« »Auf jeden Fall ist der cool«, rief Samson. »Und unser Geheimnis.« »Für immer und das ganze Leben«, rief Leo. Am nächsten Morgen wartete ich, bis Mama aus dem Haus gegangen war. Dann lief ich in die Küche und stopfte so viel Essen in meine Schultasche, wie hineinpasste. Leo und Samson hatten bei sich zu Hause auch die Kühlschränke geplündert. Das würde erst einmal reichen. In der ersten Pause wollten wir zu Herrn Nullinger schleichen, um ihm das Essen zu bringen. Doch das war gar nicht so einfach. Popo hatte nämlich Pausenaufsicht. Und weil der Schlosshof klein ist, konnte sie uns fast immer sehen. Aber dann schafften wir es doch. Als Popo zwei prügelnde Jungen auseinanderbringen musste, waren wir mit einem Satz durch das Löwentor. »Puh«, schnaufte Samson, »blöde Popo, die sieht immer alles.« »Jetzt aber schnell zu Herrn Nullinger, bevor die Pause vorbei ist«, rief ich. »Wir holten das Essen aus unserem Klassenzimmer, dann rannten wir kreuz und quer, wir rannten hin und wieder zurück, wir rannten im Kreis herum, wir rannten eine Treppe hinauf, eine andere wieder hinunter und wieder eine andere hinauf. Dann endlich standen wir vor Herrn Nullingers Geheimversteck und klopften an seine Tür.« »Dings, äh, herein«, rief Herr Nullinger von drinnen. Vorsichtig öffneten wir die Tür. »Hilfe, beraten«, krächzte Störtebäcker. »Wir haben Ihnen etwas zu essen mitgebracht«, sagte ich zu Herrn Nullinger. »Wie versprochen«, sagte Leo. »Alles ganz lecker«, rief Samson. Herr Nullinger strahlte uns an und schluckte. »Danke«, sagte er nur und nahm uns das Essen ab. Er lief zu seinem Tisch und fing dabei schon an zu essen. »Übrigens könnte Josef zu mir sagen«, rief Herr Nullinger mit vollem Mund. »Darf ich Störtebäcker einmal auf die Schulter nehmen?«, fragte ich. Herr Nullinger wollte antworten, aber dazu kam er nicht mehr. Die Tür wurde aufgerissen, und wir sahen in Popos knallrotes Gesicht. Siebtes Kapitel »Ich glaub, mein Karpfen kichert« »Dicker Wal in Sicht«, krächzte Störtebäcker. »Wie bitte«, rief Popo. »Wer hat das gesagt?« »Wier nicht«, rief Leo. »Was zum Donnerwetter macht ihr hier?«, schnaufte Popo. »Ihr wisst doch, dass ihr während der Pause...« Mitten im Satz hörte sie auf zu reden und starrte an uns vorbei auf Josef Nullinger. »Wer ist das?«, rief sie. »Alter Knacker«, krächzte Störtebäcker. »Halt die Klappe«, rief Josef. Popo wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. »Was erlauben Sie sich?« Josef sprang auf. »Sie waren nicht gemeint, gnädige Frau. Das galt Störtebäcker.« »Der ist nämlich ein Papagei«, sagte Leo und versuchte sie anzulächeln. Popos Mund klappte ein paar Mal auf und zu. »Papagei«, keuchte sie dann. »Findet ihr das etwa lustig?« »Aus einem verzagten Arsch kommt nie ein fröhlicher Furz«, kreischte Störtebäcker aus vollem Hals. Popo fasste sich an die Brust, lehnte sich an die Wand und schnappte nach Luft wie ein Karpfen auf dem Land. »Das! Das ist zu viel«, keuchte sie. »So eine Unverschämtheit!« »Das mit dem Furz ist von dem Herrn Goethe«, sagte Leo. »Der war nämlich ein ganz berühmter.« »Du hältst den Mund«, Leonard Vogelsang«, fuhr Popo ihn an. »Geht ins Lehrerzimmer, auf der Stelle.« »Es ist meine Schuld, Frau Popo Dings«, sagte Josef. »Die Kinder haben mir nur »Pol Potowski«, den Namen sollten sie sich merken, mein Herr. Und ihr macht, dass ihr ins Lehrerzimmer kommt.« »Scheiß Schule«, krechzte Störtebäcker uns nach. Ohne ein Wort schlichen wir eine Treppe hinunter, eine andere wieder hinauf und wieder eine andere hinunter. Wir schlichen im Kreis herum, wir schlichen zurück und wieder hin, wir schlichen quer und kreuz. Dann standen wir vor dem Lehrerzimmer. Ich sah Samson und Leo nur an und klopfte. Ausgerechnet Mama öffnete mir. »Flo«, rief sie, »warum seid ihr nicht in eurer Klasse?« »Ich meine, Frau Pol Potowski hat gesagt, wir sollen ins Lehrerzimmer gehen.« »Und warum?« »Dürfen wir erst hereinkommen, Frau Nachtigall?«, fragte Leo. Als Frau Pol Potowski zurückkam, mussten wir beichten. »Er ist nämlich ein Geheimdetektiv«, sagte Leo schließlich. »Darum muss er sich verstecken.« »Geheimdetektiv? Das gibt's ja wohl nicht«, lachte Herr Matz. Da fand ich ihn gar nicht mehr so nett. »Was wird denn jetzt aus ihm?«, fragte ich Mama. »Das werden wir besprechen. Aber ohne euch. Geht bitte in eure Klasse. Wir werden euch und den anderen Klassen eine Stillarbeit geben, damit wir entscheiden können, wie es nun weitergeht. Und wir unterhalten uns nach der Schule, Florentine.« Das hat man davon, wenn man eine Schuldirektorin zur Mama hat. Die anderen in der Klasse freuten sich, dass Deutsch ausfiel. Leo, Samson und ich freuten uns überhaupt nicht. »Es ist unsere Schuld«, sagte Samson leise. »Wir haben ihn verraten.« »Vielleicht darf er ja trotzdem hier wohnen bleiben«, sagte ich. »Hoffentlich«, »hoffentlich«, seufzte Leo. Plötzlich kreischte jemand auf und zeigte aus dem Fenster. »Polizei! Die Polizei ist gekommen!« Leo, Samson und ich waren gleichzeitig am Fenster und sahen hinaus. Da stand tatsächlich ein Polizeiwagen. »Ob der für ihn ist?«, flüsterte Samson. Leo nickte nur. »Was will denn die Polizei hier?«, fragte jemand. »Vielleicht ist ja ein Verbrecher im Haus«, sagte jemand anders. »Nö, gar kein Verbrecher«, rief Samson. »Doch«, kreischte Stella, »sie haben ihn verhaftet?« Leider hatte Monsterchen recht. Zwei Polizisten kamen durch das Löwentor, und Josef lief zwischen ihnen. Einer der Polizisten trug einen Käfig mit Störtebäcker darin. »Ein Käfig«, sagte ich leise, »sie haben ihn in einen Käfig gesperrt. Am liebsten hätte ich geheult.« »Das ist bestimmt ein Schwerverbrecher«, kreischte Stella wieder. »So, wie der aussieht.« »Das ist er nicht«, schrie ich sie an. Sie baute sich vor mir auf. »Ach, und woher willst du das wissen, du oberschlauer Flo?« Ich sah nur noch rot und stürzte mich auf sie. »Wenn Samson nicht dazwischengegangen wäre, hätte ich ihr wahrscheinlich jede einzelne ihrer bescheuerten, blonden Locken ausgerissen.« »Was ist hier los?«, donnerte Popos Stimme durch die Klasse. »Setzt euch sofort auf eure Plätze. Und dann will ich keinen Mucks mehr hören.« Ich tat ihr den Gefallen. Bis zum letzten Läuten sagte ich kein Wort mehr, so wie Leo und Samson auch. »Hat deine Mama sehr mit dir geschimpft?«, fragte Samson, als er und Leo am Nachmittag in meinem Zimmer saßen. »Eigentlich nicht«, murmelte ich. »Aber sie hat gesagt, dass Josef hier nicht mehr wohnen kann.« »Meine Mama hat erzählt, die Polizei kennt Josef«, meinte Leo. »Deine Mama kennt ihn«, rief Samson. Leo schüttelte den Kopf. »Sie kennt ihn nicht. Sie ist ja erst seit ein paar Wochen hier bei der Polizei. Aber die anderen Polizisten kennen ihn.« »Und er ist wirklich Detektiv?«, fragte ich. »Meine Mama sagt, ihre Kollegen hätten erzählt, er wäre ein Spinner.« »Ein Spinner«, rief ich. »Die spinnen ja.« »Jo, der Josef ist überhaupt kein Spinner. Die wissen das nur nicht, weil er ein Geheimdetektiv ist.« »Haben die Kollegen deiner Mama ihn eingesperrt?«, fragte ich Leo. »Zum Glück nicht. Er ist jetzt in so einem Obdachlosenheim.« »Was für ein Heim?«, fragte Samson. »Da dürfen Leute wohnen, die sonst keine Wohnung haben.« »Josef hat doch eine Wohnung,« sagte ich, »hier.« »Ich finde das total gemein, dass Sie ihn nicht hier wohnen lassen. Er stört doch keinen.« »Genau,« rief Leo, »das Schloss ist groß genug.« »Was machen wir denn jetzt?«, fragte Samson. »Am liebsten würde ich ihm sagen, dass es mir leid tut,« sagte ich. »Schließlich hat Popo ihn wegen uns entdeckt.« »Sollen wir ihn besuchen?«, fragte Samson. »Würde ich ja gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo dieses Heim ist.« Leo zog einen Zettel aus seiner Tasche. »Habe ich mir schon gedacht, dass wir ihn besuchen. Darum habe ich aufgeschrieben, wo das Obdachlosenheim ist.« »Leo, du bist zwar ein Klugscheißer, aber manchmal bist du auch echt super,« rief ich und freute mich, dass sein Gesicht rot anlief. Zum Glück hat Samson schon immer hier gelebt. Darum wusste er auch, welchen Bus wir nehmen mussten. »Das sieht ja wie ein Gefängnis aus,« sagte Samson, als wir vor dem Heim standen. Das Haus war wohl schon lange nicht mehr gestrichen worden. Überall blätterte die Farbe ab. Es gab zwar einen Vorgarten, aber darin standen keine Blumen, sondern nur hohes Gras und Brennnesseln. Wir mussten eine lange Treppe bis zur Eingangstür hochsteigen. Dort war ein Schild angebracht, auf dem »Städtisches Heim für Obdachlose Männer« stand. Vorsichtig öffnete ich die Tür. »Nicht abgeschlossen,« sagte ich leise. »Ob wir einfach so hineingehen dürfen?« »Nur Samson und ich,« sagte Leo, »weil wir ja Männer sind. Ich glaub, mein Karpfen kichert. Das wüßte ich aber. Ich schob mich durch die Tür und stand in einem langen Flur. »Hier ist es gar nicht schön,« flüsterte Samson. »Überall weiße Kacheln, wie im Krankenhaus.« »Und es riecht auch ein bisschen komisch,« flüsterte Leo. »Hallo,« rief ich und erschrak, denn es heilte wie in einer Kirche. Plötzlich öffnete sich eine Tür auf der anderen Seite des Flurs, und ein Mann kam mit langen Schritten auf uns zu. »Achtes Kapitel.« »Ich glaub, meine Makrele meckert.« »Sollen wir weglaufen?«, flüsterte Samson uns zu. »Nichts da,« sagte ich sofort. »Wir besuchen Josef und Störtebecker.« Der Mann war noch ziemlich jung und hatte einen Pferdeschwanz. Ich war froh, als er uns anlächelte. »Habt ihr euch verlaufen?«, fragte er. »Nö,« rief Samson. »Wir wollen zu Josef.« »Zu wem?« »Zu Herrn Nullinger,« sagte Leo. »Der wohnt nämlich hier.« Der Mann mit dem Pferdeschwanz riß die Augen auf. »Zu Dings? Was wollt ihr denn von dem?« »Dings?«, fragte ich. »Ja, so nennen wir ihn hier,« lachte der Mann. »Weil er das immer sagt,« meinte Leo. »Das haben wir schon gemerkt.« »Kluger Junge.« »Klugscheißer passt besser,« sagte ich leise. »Seid ihr Schüler aus dem Schloss?«, fragte der Mann mit dem Pferdeschwanz. Wir nickten alle drei. »Na, dann geht mal da vorne rein. Da ist unser Besucherraum. Ich hole ihn.« »Besucherraum?«, fragte ich. »Dürfen wir nicht in seine Wohnung?« »Die Männer hier haben keine Wohnung. Sie schlafen in einem Schlafsaal, zusammen mit anderen Männern. Die wären wahrscheinlich nicht sehr begeistert, wenn da plötzlich Kinder auftauchen.« In dem Besucherraum war es kalt und nicht sehr gemütlich. Die Wände waren weiß angestrichen. Es hingen keine Bilder daran, nur ein Kalender. In der Mitte des Raums stand ein Tisch mit Plastikstühlen drumherum. Wir blieben trotzdem stehen. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis Josef kam. Er hatte Störtebäcker in seinem Käfig bei sich. Am liebsten hätte ich ihn gleich da rausgeholt. »Ja, sowas? Mit euch habe ich nicht gerechnet,«, rieb Josef. »Muss er in dem Käfig bleiben?«, fragte ich und zeigte auf Störtebäcker. Josef zuckte mit den Schultern. »Das geht leider nicht anders. Sie erlauben mir nicht, dass ich Ihnen...« »Dings, herauslasse!« »Sag ich doch,« brummte Samson, »wie im Gefängnis.« »Scheiß Knast!«, krächzte Störtebäcker. »Warum seid ihr gekommen?«, fragte Josef dann. »Wir wollten uns entschuldigen,« sagte Leo. »Weil es unsere Schuld ist, dass Popo dich entdeckt hat.« »Popo?«, lachte Josef, »das passt ja.« »Aber ihr müsst euch nicht entschuldigen. Früher oder später wäre ich sowieso entdeckt worden. In einer... Dings... einer Schule kann man sich nicht lange verstecken.« »Was machst du denn jetzt?«, fragte Leo. »Hier bleibe ich bestimmt nicht,« lachte Josef wieder. »Aber es ist nicht so leicht für mich, eine neue Wohnung zu finden.« »Weil sie geheim bleiben muss,« rief Samson. »Wie?« »Ja, äh, genau.« »Wo willst du denn dann hinten?«, fragte ich. »Ich weiß noch nicht. Vielleicht nach Dings, nach Südamerika.« »Südamerika?«, rief ich. »Ich glaub, mein Walross wandert.« »Wo ist denn Südamerika?«, fragte Samson. »Südlich von Nordamerika,« sagte Leo. »Klugscheißer!«, zischte ich ihm zu. »Wie willst du da überhaupt hinkommen?«, fragte Leo dann. »Südamerika ist doch so weit weg.« »Ich könnte auf einem Schiff anheuern.« »Das würde Störtebecker sicher gefallen.« »Land in Sicht!«, krächzte Störtebecker. »Nach Südamerika mit Störtebecker.« »Daran durfte ich noch nicht einmal denken.« »Was wird denn jetzt aus Josef?«, fragte ich Mama beim Abendessen. »Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann er nicht hier wohnen bleiben.« »Und warum nicht?« »Weil...« »Weil es nicht geht. Das habe ich dir doch schon gesagt. »Morgen werden wir besprechen, was wir mit seinen Sachen machen.« »Ich frage mich, wie wir den ganzen Kram wegschaffen sollen.« »Ach, hätten wir doch nur einen Hausmeister.« »Könnt ihr Josef nicht hier wohnen lassen, Mama? Bitte?« »Ach, Kind«, seufzte Mama, »wie oft soll ich dir noch sagen, dass das nicht möglich ist?« »Sie hätte es mir noch hundertmal sagen können, und es wäre immer noch nicht richtig gewesen.« »Nach dem Abendessen ging ich gleich in mein Zimmer.« »Ich legte mich ins Bett und schaute aus dem Fenster.« Vom Mond war in dieser Nacht nichts zu sehen. Es war stockfinster. Der Wind heulte um unser Haus, und der Regen prasselte an die Fensterscheiben. Das Wetter passte gut zu meiner Stimmung. Ich überlegte und überlegte, wie wir Josef und Störtebecker helfen konnten, damit sie nicht nach Südamerika auswandern mußten. Und dann hatte ich plötzlich eine Idee.« »Am nächsten Morgen regnete es immer noch. Mir macht es nichts aus. Wenn mein Plan klappte, konnte es meinetwegen die ganze Woche regnen.« Ich stellte mich auf den Schloßhof neben eine der Steinsäulen und wartete auf Leo und Samson. Immer mehr Schüler strömten auf den Schloßhof, und nach einer Weile sah ich in der Entfernung zwei Gestalten. Obwohl sie ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen hatten, erkannte ich meinen großen Dicken und meinen kleinen dünnen Freund sofort. »Kommt mal her!« rief ich ihnen zu. »Aber es regnet doch so,« jammerte Samson. »Da werde ich ganz nass und krieg schnupfen.« »Ich will euch nur schnell von meiner Idee erzählen. Aber das sollen die anderen nicht mitbekommen.« »Welche Idee?« fragte Leo. »Ich sage nur Hausmeister.« »Wir haben doch keinen,« sagte Leo. »Eben, ich kapier nix,« sagte Samson. »Dann überlegt mal. Du bist doch sonst immer so schlau, Leo.« Leo sah mich mit großen Augen an. »Was guckst du so komisch?« fragte ich ihn. »Ich überlege.« »Ach so.« »Das kann Leo gut,« rief Samson. »Joseph,« rief Leo plötzlich. »Genau.« »Ich kapier immer noch nix,« sagte Samson. »Joseph könnte unser Schulhausmeister werden,« rief Leo. »Dann dürfte er hier wohnen bleiben.« »Jo,« rief Samson, »jetzt kapier ich. Das ist ne supertolle Idee von dir, Leo.« »Danke.« »Ich glaub, meine Makrele meckert,« rief ich. »Das war meine Idee.« »Ist doch egal,« sagte Samson. »Wir fragen Joseph, ob er unser Hausmeister werden will.« »Erst müssen die Lehrer einverstanden sein,« sagte Leo. »Ich weiß auch schon, wie wir es machen,« sagte ich. »Ich frage Mama, ob ihr heute Nachmittag bei uns essen dürft. Dann versuchen wir gemeinsam, sie zu überreden. Wenn Mama dafür ist, sind die anderen Lehrer bestimmt auch dafür.« »Jo, schließlich ist deine Mama die Chefin.« »Hoffentlich ist sie einverstanden,« seufzte Leo. »Chefs haben nämlich manchmal gar keine Ahnung,« sagt meine Mama immer. Neuntes Kapitel. »Ich glaub, meine Robbe rülpst.« Zum Glück hatte Mama nichts dagegen, daß Leo und Samson zum Mittagessen kamen. Zusammen mit den beiden konnte ich sie bestimmt überreden, Josef als Hausmeister einzustellen. Nur, wie sollten wir anfangen? Wir waren schon beim Nachtisch, da war mir immer noch nichts eingefallen. »Leo hat eine super Idee,« rief Samson plötzlich mit vollem Mund. Mama sah ihn streng an, und er war auch gleich wieder still. »Die Idee ist wirklich gut, Mama,« sagte ich. »Und welche Idee meinst du?« Ich warf Samson und Leo einen kurzen Blick zu. »Ihr stellt Josef, Herr Nullinger, als Schulhausmeister ein. Nun war es raus. Ich sah Mama an und sie mich.« »Wie bitte?« fragte sie dann. »Auweia, das hörte sich nicht gut an.« »Er könnte bestimmt viel reparieren,« kam Leo mir zu Hilfe. Mama schaute eine ganze Weile auf ihren Teller. »Wir bräuchten wirklich dringend einen Hausmeister,« sagte sie dann. »Eben.« »Und warum sollte der Bürgermeister das erlauben?« »Weil Josef kein Geld braucht,« sagte Leo schnell. »Als er im Turm gewohnt hat, hat er ja auch nichts gebraucht.« »Nur was zu essen,« kaute Samson. Mama sah uns einen nach dem anderen an. »Ihr gebt wohl nie auf, oder?« »Nie«, ich grinste. »Und?« fragte ich sie. »Bist du einverstanden?« Mama sagte nichts, sondern stocherte mit der Gabel in ihrem Essen herum. Dann nickte sie plötzlich. »Also gut, wir können es ja versuchen, wenn der Bürgermeister einverstanden ist.« Das war der Augenblick, als Samson, Leo und ich einen Piraten-Geheimdetektiv-Jubeltanz aufführten. Mama musste erst mit uns schimpfen, damit wir wieder aufhörten. »Rufst du den Bürgermeister an, Mama?« fragte ich. »Ja, sicher. Später.« »Nicht später. Gleich. Bitte.« »Sonst fährt er nach Südamerika,« sagte Samson. »Wohin?« »Nach Südamerika. Das ist südlich von Nordamerika,« sagte Leo. »Jo, weil er doch geheim.« Zum Glück war mein Bein lang genug, um unter dem Tisch Samson vors Schienenbein zu treten. »Meinetwegen,« seufzte Mama und stand auf. »Sonst gebt ihr ja doch keine Ruhe.« »Leo, Samson und ich blieben sitzen und hielten uns an den Händen. Wir drückten die Daumen und wünschten uns ganz fest, dass der Bürgermeister ja sagte.« »Was hat er gesagt,« rief ich, als Mama wieder hereinkam. Die grinste von einem Ohrläppchen bis zum anderen. »Wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, ist er einverstanden.« Wieder mal typisch für den Herrn Bürgermeister. Aber er hat sich sogar bereit erklärt, ihm ein Gehalt zu zahlen, zumindest ein kleines. Schließlich sollte jeder für seine Arbeit bezahlt werden. Es folgte ein Piraten-Geheimdetektiv-Jubeltanz-Teil 2. »Dürfen wir zu Josef gehen und es ihm sagen,« fragte ich Mama, als wir schon völlig aus der Puste waren. »Ihr solltet ihn erst einmal fragen. Vielleicht ist er ja gar nicht einverstanden, sondern fährt lieber nach südlich von Nordamerika.« Das Obdachlosenheim fand ich dieses Mal gar nicht so schlimm, obwohl es immer noch wie ein Krankenhaus aussah und immer noch komisch darin roch. Es dauerte nicht lange, bis wir den Mann mit dem Pferdeschwanz gefunden haben. »Wollt ihr wieder zu Dings?«, fragte er uns. »Ja,« rief ich, »wir müssen ihm was sagen, dringend.« »Super dringend,« rief Samson. Der Mann mit dem Pferdeschwanz zuckte mit den Schultern. »Da kommt ihr leider zu spät. Er ist nicht mehr hier.« »Ist er etwa schon in Südamerika,« rief ich. »In Südamerika? Nein, so schnell ist noch nicht einmal er. Aber er wollte von hier weg. Das hat er mir gesagt.« Mir rutschte das Herz in die Hose. »Und wohin?« »Ich glaube, er wollte zum Meer.« »Zu welchem Meer denn?«, fragte Leo. »Das ist doch ganz weit weg.« »Wahrscheinlich will er mit dem Zug dorthin fahren und ist erst einmal zum Bahnhof gegangen.« »Und wie lange ist das her?« »Eine Stunde ungefähr.« »Vermutlich sitzt er schon im Zug.« »Ich sah Samson an.« »Weißt du, wo der Bahnhof ist?« »Klar, meine Oma kommt immer mit dem »Los«, rief ich, nichts wie hin.« »Weil Samson nicht wusste, welcher Bus zum Bahnhof fährt, mussten wir den ganzen Weg laufen.« »Und der war ziemlich lang.« »Die Straßen waren voller Leute, obwohl es in Strömen regnete.« »Schon nach ein paar Metern waren unsere Schuhe und unsere Hosen klatschnass.« »Meine Socken fühlten sich wie nasse Schwämme an, und der Regen lief über mein Gesicht in meinen Kragen.« »Aber es war uns egal.« »Wir rannten immer weiter.« »Wir schlängelten uns an den vielen Leuten vorbei, die uns entgegenkamen, sprangen über Pfützen, und manchmal schafften wir es sogar, nicht ganz so viel Regen abzubekommen, wenn wir an den Schaufenstern der Geschäfte entlang rannten.« Samson lief schnaufend neben mir. Ihm fiel es bestimmt viel schwerer, den ganzen Weg zum Bahnhof zu rennen, als Leo und mir. Aber er beschwerte sich nicht. Schließlich wollten wir Josef bei uns behalten. Endlich kam der Bahnhof in Sicht. »Hoffentlich ist er noch nicht weg.« »Hoffentlich ist er noch nicht weg,« sagte ich leise zu mir selbst. Die Bahnhofshalle war mindestens so groß wie ein Fußballplatz. Ringsherum gab es Geschäfte, vor denen noch mehr Menschen herumliefen als auf den Einkaufsstraßen. »Wie sollten wir hier nur Josef und Störtebäcker finden?« Leo zeigte auf die Schalter am anderen Ende der Bahnhofshalle, hinter denen Männer und Frauen in Uniform saßen. »Die wissen bestimmt Bescheid,« sagte Leo. »Aber da stehen so viele Menschen an,« rief ich, »als wir auf die Schalter zurandten.« »Nö, da hinten in der Ecke steht niemand.« Mit letzter Kraft liefen wir zu dem Schalter. »Wissen Sie, wann der nächste Zug zum Meer fährt?« keuchte ich den Mann hinter dem leeren Schalter an. Der Mann beugte sich zu uns vor. »Ihr wollt eine Auskunft?« »Nö,« sagte Samson, »wir wollen nur wissen, wann der nächste Zug zum Meer fährt.« »Das ist eine Auskunft,« sagte der Mann. »Hier gibt es nur Fahrkarten ohne Auskunft.« »Am nächsten Schalter bekommt ihr Fahrkarten mit Auskunft.« »Und am übernächsten Schalter bekommt ihr eine Auskunft ohne Fahrkarte.« »Hä? Ich kapier nix.« »Ihr müsst euch an einen anderen Schalter anstellen.« »Aber da ist es doch so voll,« rief ich, »und wir haben keine Zeit.« »Hier bekommt ihr jedenfalls keine Auskunft.« »Ich glaub, meine Robbe rülpst.« »Und was ist mit meiner Mama?« »Rief Samson plötzlich mit weinerlichem Gesicht.« Der Mann hinter dem Schalter zuckte zusammen. »Wie bitte?« »Meine Mama will zum Meer fahren,« rief Samson. »Und sie hat mich vergessen.« Leo und ich sahen uns an. Wir kapierten sofort, was Samson vorhatte.« »Seine Mama hat ihn zu Hause vergessen,« sagte Leo schnell. »Wir müssen sie finden, bevor der Zug abfährt.« »Ihr müsst euch trotzdem an den anderen Schalter.« »Ich will aber nicht,« rief Samson wütend. »Was ist denn da los?« fragte eine dicke Frau, die mit ihrem noch dickeren Mann in der anderen Schlange stand. »Ich weiß auch nicht,« sagte der Mann hinter dem Schalter. »Der dicke Junge will wohl.« »Wer ist hier dick?« brüllte Samson und wäre fast über den Schalter gesprungen. Der dicke Mann kam mit seiner dicken Frau drohend auf den Mann in Uniform zu. Der verkroch sich gleich in die hinterste Ecke seines Schalters. »Haben Sie etwas gegen Menschen, die ein paar Pfund zu viel auf den Rippen haben?« rief der dicke Mann. »Und haben Sie auch etwas gegen Kinder?« rief die dicke Frau. »Und er hört,« riefen ein paar Leute aus den anderen Schlangen. »Er hat etwas gegen Kinder.« »Nein, nein,« stotterte der Mann in seiner Schalterecke. »Ich habe nichts gegen Kinder.« »Dann sagen Sie ihm gefälligst, was er wissen will,« donnerte der dicke Mann. Der Mann hinter dem Schalter sprang hoch und griff nach einem Buch. »Ja, sofort. Sehr wohl. Zu mehr, zu mehr,« mummelte er dann und blätterte in dem Buch herum. Das dauerte und dauerte. Ich hielt es fast nicht mehr aus. »Ah, ja, da ist einer,« sagte er endlich. »Aber der ist leider vor fünf Minuten abgefahren.« Zu spät. Josef und störte Becker waren weggefahren. Nach Südamerika. Ich wollte nicht, aber ich wusste, dass ich gleich anfangen würde zu heulen. Und das würde nicht nur gespielt sein, so wie bei Samson. »Nein, wartet mal,« sagte der Mann mit der Uniform plötzlich und beugte sich vorsichtig aus seinem Schalter vor. Wahrscheinlich hatte er immer noch Angst vor dem dicken Mann und seiner dicken Frau. Auf der Anzeigentafel steht, dass der Zug Verspätung hat, aber nicht viel. »Wenn ihr euch beeilt, schafft ihr es vielleicht noch.« »Gleis drei.« »Danke,« riefen wir dem dicken Mann und der dicken Frau zu und rannten los. Zehntes Kapitel. »Ich glaub, mein Rochen röchelt.« Zum Glück gab es viele Hinweisschilder auf dem Bahnhof. Darum dauerte es nicht lange, bis wir Gleis drei gefunden hatten. Wir rannten die Treppe hinauf. Hinter mir schnaufte Samson. »Das mit dem Jammern war eine gute Idee,« rief ich ihm zu. »Mache ich zu Hause auch immer, wenn ich länger fernsehen will,« keuchte Samson. »Das musste ich mir merken.« »Da steht ein Zug,« rief Leo. »Wir müssen Josef finden, bevor er einsteigt.« Wir drehten die Köpfe in alle Richtungen, aber Josef war nirgendwo zu entdecken. »Bitte alles einsteigen,« dröhnte es aus dem Lautsprecher. »Nein,« rief ich, »Josef, störte Becker, wo seid ihr? Ihr dürft nicht wegfahren.« Es half nichts. Der Zug fuhr los, und bald konnten wir nur noch die roten Schlusslichter sehen. Ich lehnte mich an eine Wand. »Mist! Wir sind zu spät gekommen.« »Land in Sicht!« »Da sind ja die Dings, die Kinder!« Ich sprang fast einen halben Meter hoch. »Josef,« riefen Samson und Leo. »Störte Becker,« rief ich. »Und dann sahen wir sie auch schon.« »Wollt ihr uns verabschieden?«, fragte Josef. »Das ist nicht nötig.« »Störte Becker und ich fahren nicht.« »Und warum nicht?«, fragte ich. Josef zuckte mit den Schultern. »Wir waren auf dem falschen Dings-Bahnsteig.« »Und als ich das gemerkt habe, war der Zug schon weg.« »Du hättest auf die Anzeigentafel sehen müssen,« sagte Leo. »Da steht nämlich drauf, wo die Züge.« »Sei doch froh, dass er das nicht wußte,« unterbrach ich ihn. »Ach so, ja, stimmt eigentlich.« »Warum seid ihr froh darüber?«, fragte Josef. »Weil wir dich gar nicht verabschieden wollten,« sagte Leo. »Wir möchten, dass du wieder im Schloss wohnst.« »Aber ihr wisst doch, dass ich das nicht darf.« »Doch, als Hausmeister,« rief Samson. »Meine Mama ist einverstanden,« rief ich. »Und der Bürgermeister auch,« rief Leo. Josef sah uns einen nach dem anderen an. »Ist das euer Ernst?« »Und ob,« rief ich. »Und? Machst du es?« »Es gibt aber leider nicht viel Geld.« »Genauer gesagt nur ein bisschen,« sagte Leo. »Geld ist kein Problem,« sagte Josef. »Ich hatte noch nie viel davon. Und wenn ich meine Dings, meine Werkstatt behalten darf, dann reicht mir das schon.« »Das heißt, du bist einverstanden?«, fragte ich noch einmal. Josef sah zu Störtebäcker hinauf. »Was meinst du, alter Freund?« »Scheiß, Knast!«, kreischte Störtebäcker. »Ich glaube, das heißt ja,« lachte Josef. Noch am selben Abend durfte Josef zurück in seine Werkstatt. Ich freute mich schon darauf, Stellas Gesicht am nächsten Morgen zu sehen. Als Leo und Samson gerade gehen wollten, klopfte es an unserer Tür. Es war Josef. Ich wollte mich noch einmal bei Ihnen und den Kindern bedanken, sagte er zu Mama. Die wurde tatsächlich ein bisschen rot im Gesicht. Wahrscheinlich habe ich das von ihr. Keine Ursache, Herr Nullinger. Die Kinder haben mich überzeugt. Außerdem können wir ihre Hilfe wirklich gut gebrauchen. »Darauf freue ich mich auch schon,« grinste der Geheimdetektiv. »Dürfen die Kinder noch kurz zu mir in die, äh, Dings, die Werkstatt kommen?« »Au ja,« rief ich, »bitte, Mama!« »Also gut, aber bleibt nicht so lange. Leo und Samson müssen nach Hause.« »Warum sollten wir denn mit dir kommen?«, fragte ich Josef in seiner Werkstatt. Josef stellte sich vor uns. »Ich finde, ihr habt bewiesen, dass ihr das Zeug zu guten, Dings, Geheimdetektiven habt.« »Wir?«, rief Leo. »Aber das können wir doch gar nicht.« »Vielleicht nicht einer allein, aber gemeinsam schon.« »Kopier ich nicht,« sagte Samson. Josef beugte sich zu ihm hinunter. »Du bist der Stärkste von euch.« »Superstark,« rief Leo. »Eben, und darum sollst du auch die Geheimdetektivausrüstung tragen.« Plötzlich hatte Josef einen Rucksack in der Hand und gab ihn Samson. »Detektivausrüstung? Cool,« rief er. »Was ist das?« »Schau doch einfach mal rein.« Samson öffnete den Rucksack und sah hinein. »Boah, da ist ja alles drin. Taschenlampe, Kompass, Schraubenzieher.« »Und noch viel mehr,« lachte Josef. Dann wandte er sich an Leo. »Und du bist der Klügste von euch.« »Superschlau,« rief Samson. »Und darum sollst du das hier bekommen,« sagte Josef und gab Leo ein Buch. »Die besten Tricks der Geheimdetektive,« las Leo. »Die allerbesten Dings-Tricks,« rief Josef. »Das Buch hat mir auch schon oft geholfen.« »Und warum behältst du es dann nicht?«, fragte Leo. »Ich kenne es auswendig.« »Und ich habe es selbst geschrieben.« »Sieht es darum nicht wie ein richtiges Buch aus?«, fragte Leo. »Na ja, äh, ich habe es auch selbst gemacht.« »Darum ist es auch so wertvoll.« »Es gibt nämlich nur eins davon.« Leo sagte nichts mehr, sondern hielt das Buch wie den wertvollsten Schatz umklammert. Und dann sah Josef mich an. Mein Herz klopfte. Ob ich auch etwas von ihm bekam?« »Du hast mir gesagt, du bist Piratin, stimmt das?« »Ja«, sagte ich leise. Josef schüttelte den Kopf. »Das stimmt nicht.« »Aber warum denn? Du bist nicht nur eine einfache Piratin. Du bist die Anführerin, der Käpt'n. Ist es nicht so, Jungs?« »Super Käpt'n«, rief Samson. »Super Anführerin«, rief Leo. »Eben.« »Und ein Käpt'n braucht jemand, damit er nicht so allein ist.« »Das ist ein Käpt'n nämlich manchmal.« Was er dann machte, konnte ich kaum glauben. Josef nahm Störtebekka von seiner Stange und setzte ihn auf meine Schulter. »Von jetzt an soll er bei dir bleiben, Käpt'n, Flo.« »Aber, aber, Störtebekka, bei mir willst du ihn denn nicht?« stotterte ich. »Nein, er soll bei dir bleiben.« »Erstens kannst du ihn besser gebrauchen, und außerdem bekommt es ihm nicht so gut hier oben bei mir. Er braucht mehr frische Luft.« Störtebekka sieht das genauso. »Käpt'n, ahoy! Land in Sicht!« krächzte Störtebekka. »Ich glaub, mein Rochen röchelt. Danke, mehr konnte ich nicht sagen.« »Cool,« rief Samson. »Jetzt sind wir auch Geheimdetektive.« »Jeder nur ein Drittel,« sagte Leo. »Zusammen sind wir einer.« »Genau so ist es,« sagte Josef. »Ihr gehört zusammen.« »Für jetzt und immer und das ganze Leben,« rief Leo. »Piratenschwur,« rief ich. »Beim großen Hai, beim kleinen Fisch und auch beim platten Rochen, was wir Piraten einmal schwören, das wird niemals gebrochen.« »Land in Sicht!« krächzte Störtebekka. »Rum und Weiber für den Käpt'n!« »Ich freute mich wirklich riesig, daß Störtebekka nun bei mir bleiben sollte. Allerdings hoffte ich, daß er seinen Schnabel hielt, wenn Mama dabei war.« »Das war knapp. Beinahe hätte der arme Herr Nullinger nicht mehr im Schloss wohnen dürfen. Aber zum Glück haben unsere Freunde das ja verhindert.« »Und es sieht so aus, als könnte es noch mehr Abenteuer von Flo, Leo und Samson und ihrem kleinen frechen Papagei Störtebekka geben.« »Wenn ihr Lust auf mehr Lesehörbücher habt, schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Ich würde mich sehr darüber freuen.« »Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Joachim Friedrich.«